Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson1489. In diesem achten Teil zum Streamlabs OBS Komplettkurs werden wir über Streamlabs Prime reden. Was ist Streamlabs Prime? Lohnt sich Streamlabs Prime? Welche Vorteile habe ich durch Streamlabs Prime? Und ganz wichtig, meine eigene Meinung, ob man das wirklich braucht, ob es sich denn lohnt und für wen es sich vielleicht auch lohnt. TubeBuddy ist der optimale Begleiter, um euren YouTube-Kanal zu managen. Ihr könnt mehrere Videos gleichzeitig bearbeiten, Teile der Videobeschreibung über alle Videos hinweg löschen, ändern oder hinzufügen, sowie kontinuierlich prüfen, wie eure Videos performen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, Mitstreiter im Blick zu behalten, sowie eure SEO-Einstellungen zu optimieren. Und all das mit nur einer kleinen Browser-Erweiterung. Mehr Infos zu TubeBuddy findet ihr am Ende der Videobeschreibung oder geht auf tubebuddy.com.nilsson1489. Fangen wir zunächst doch erstmal an, was Streamlabs Prime überhaupt ist. Streamlabs Prime ist ja ein Premium-Service von Streamlabs, der kostenpflichtig ist, um das gleich mal von Anfang an zu sagen, der euch dafür aber ein paar sehr nette Zusätze bzw. Features gibt. Ihr bekommt für euer Geld mehr Funktionen und könnt mehr machen. Jetzt sind wahrscheinlich einige abgeschreckt und sagen sich, oh, da wird was Kostenpflichtiges vorgestellt. Ich bin sofort weg. Ich möchte euch in diesem Video wirklich genau erklären, was Streamlabs Prime ist. Ja, und von Anfang an auch sagen, dass es kostenpflichtig ist. Ich möchte euch zeigen, was ihr davon bekommt und am Ende des Videos werde ich meine persönliche Meinung dazu sagen. Denn ich möchte hier nicht, dass ihr unbedingt Geld ausgebt, sondern ich möchte informativ das Ganze vorstellen und am Ende meine Meinung dazu geben, ob es sich lohnt und für wen es sich lohnt. Auf der Informationsseite von Streamlabs Prime, den Link dazu habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt, findet ihr zum Beispiel einen Vergleich. Dort ist erstmal aufgelistet, was das kostenlose Streamlabs bzw. Streamlabs OBS euch bietet und welche Vorteile Streamlabs Prime bringt. Generell findet ihr hier auf jeden Fall Unterschiede. Was ihr bei Streamlabs Prime bekommt und was es bei Streamlabs in der kostenlosen Version nicht gibt, ist, dass ihr bei dem Cloud-Bot von Streamlabs einen eigenen Bot-Namen benutzen könnt, und dass ihr für die Streamlabs Website, also eure eigene Website, eine eigene Domain bzw. auch eine eigene E-Mail nutzen könnt. Ihr bekommt einen Instant Gold All-Star-Status. Darauf gehe ich später noch ein, was das genau bedeutet. Ihr bekommt die Premium Themes und Overlays. Das werdet ihr wahrscheinlich in der Vergangenheit schon mitbekommen haben. Ein sehr altes Video von mir, dort habe ich vorgestellt, dass Streamlabs ja ganz viele Overlays und Themes hat, die man kostenlos installieren kann und die wurden nun nach und nach immer mehr kostenpflichtig. Das heißt, die meisten Themes und Overlays bei Streamlabs, die kann man nur noch installieren, wenn man Streamlabs Prime nutzt. Also, ja, ist ein bisschen mit Bauchweh zu verkraften, aber darauf gehe ich auch später noch ein, was das für mich bedeutet, was ich davon halte und, ja, wir reden da auf jeden Fall noch drüber. Dann bekommt ihr Unlimited Apps. Streamlabs OBS hat einen App Store. Den werde ich später in dem Streamlabs OBS Komplettkurs auch nochmal ausführlich vorstellen. Und mit Streamlabs Prime könnt ihr alle Apps aus diesem App Store kostenlos installieren. Naja, gut, kostenlos. Ihr bezahlt ja für Streamlabs Prime, aber ihr müsst für die Apps nicht mehr zusätzlich zahlen. Die könnt ihr alle installieren und nutzen. Und ganz am Ende gibt es noch die Disconnect Protection. Das bezieht sich darauf, wenn man unterwegs vom Smartphone die Streamlabs App benutzt auf dem Smartphone und von da aus streamt und, ja, das WLAN bzw. euer mobiles Netz am Handy wegbricht, weil ihr gerade im Fahrstuhl fahrt oder, 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 dann geht euer Stream nicht aus. Denn Streamlabs hält die Verbindung zum Stream aufrecht. Und wenn ihr wieder online seid mit eurem Smartphone, also die Verbindung zurückkommt, dann wird auch euer Bild wieder übertragen. Und dann gibt es noch zwei kleinere Unterschiede, nämlich habt ihr bei Streamlabs Prime noch einen VIP-Live-Support und beim kostenlosen Streamlabs, ja, seid ihr an sich fast auf euch selbst gestellt. Natürlich habt ihr Support-Adressen, die ihr anschreiben könnt, aber der Support antwortet nicht so fix. Und beim Merch, ihr könnt ja auch einen eigenen Merch-Store erstellen mit Streamlabs. Wird auch später noch im Komplettkurs gezeigt. Könnt ihr in der kostenlosen Variante von Streamlabs nur einen begrenzten Produktkatalog nutzen. Bei Streamlabs Prime habt ihr den vollen Produktkatalog. Das heißt, alle Produkte, die von Streamlabs angeboten werden, könnt ihr mit eurem eigenen Logo bedrucken lassen und verkaufen. Und außerdem habt ihr noch Wholesale-Pricing. Schauen wir uns doch mal die einzelnen Features an, die ihr durch Streamlabs Prime bekommen würdet. Anfangen tun wir direkt in Streamlabs OBS, denn dort habt ihr auf der linken Seite die Möglichkeit, auf den Reiter Designs zu wechseln. Unter Designs werden dann alle möglichen Themes und Overlays geladen, die man sich direkt installieren kann. Dazu natürlich später auch noch ein Video, aber jetzt erstmal hier, was kann man sich denn hier auswählen und was bedeutet das mit Prime? Wenn ihr durch diesen ganzen Katalog mal durchscrollt, dann findet ihr dort jede Menge verschiedene Overlay-Pakete. Dort seht ihr zum Beispiel einmal Animated, das ist eine Bubble, die angezeigt wird oder eine Batch, wenn das Overlay-Paket animierte Elemente enthält. Und dann seht ihr hier noch so einen kleinen Hinweis in Gold Prime. Diese ganzen Overlays, die könnt ihr nur installieren, wenn ihr Prime habt. Und wenn ihr da mal so durchscrollt, dann seht ihr, dass hier auf jeden Fall alles Prime ist. Das heißt, man könnte diese ganzen Overlays wirklich nur noch installieren, wenn man Prime hat. Wenn ihr dann Streamlabs Prime habt, dann müsst ihr nur folgendes tun. Ihr sucht euch ein Overlay-Paket aus, zum Beispiel das Hexagon. Und dann könnt ihr euch erstmal ansehen, wie das Overlay-Paket aussieht. Das heißt, ihr seht hier dann über diese einzelnen Reiter, alles klar, das sind die Elemente in diesem Overlay-Paket. Sehr cool, das möchte ich gerne haben. Und dann macht ihr nichts anderes, als oben rechts auf Install zu klicken. Und ihr habt diese Overlays mit den verschiedenen Szenen und den Alerts und, und, und alles fertig eingerichtet. Also an sich eine super Sache. Wenn man sich nicht viel mit Overlays auseinandersetzen möchte und das Ganze einfach installieren möchte, dann macht es sicherlich Sinn und dann ist das Ganze auch okay für den Preis. Und gerade, wenn man vielleicht auch öfter mal die Overlays wechseln möchte, bekommt man hier immer wieder neue, frische Overlays, die man direkt installieren kann. Eins muss euch jedoch klar sein, dieses Overlay wird dann nicht von euch alleine genutzt, sondern auch viele andere Streamer werden diese Overlays nutzen. Und ja, der Unique-Faktor ist damit dann hin. Nichtsdestotrotz ist das eine feine Sache und, wie gesagt, das bekommt ihr durch Streamlabs Prime. Eine Sache, die ihr bekommt, zur nächsten kommen wir dann sofort. Dafür müssen wir einfach nur links auf der Seite einmal in das Menü gehen und dann auf App Store. Denn beim App Store, den ich euch auch später im Komplettkurs noch ausführlich erklären möchte, könnt ihr Apps installieren. Das heißt, ihr könnt Streamlabs OBS erweitern und zusätzliche Features in euren Stream einbinden. Wenn ihr euch das Ganze mal anschaut, dann gibt es hier schon jede Menge einzelne Apps. Zum Beispiel einen MonsterCat Music Player. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel Musik von MonsterCat direkt einbinden, über Streamlabs OBS steuern und auch die Titel direkt in den Stream einblenden. Oder auch Stats für Apex Legends. Wenn man sich so eine App mal anguckt, das heißt, wir klicken mal drauf, dann könnt ihr diese App auf jeden Fall mit Streamlabs Prime installieren. Wenn ihr also Streamlabs Prime habt, würdet ihr hier oben einfach nur auf Installieren klicken und dann habt ihr die App und könnt sie nutzen. Auch eine feine Sache, denn man kann viele Features einfach hinzufügen zu seinem Stream, ohne sich viel damit auseinandersetzen zu müssen, denn es ist halt direkt in der Software integriert. So wie ihr auch euer Smartphone nutzt und dort einfach Apps installieren könnt. Der findige Streamer weiß aber, dass all diese Features, die man durch Apps in Streamlabs OBS installieren kann, im Endeffekt auch anderweitig in Streams eingebunden werden können. Man muss sich nur ein wenig damit auseinandersetzen, die richtigen Apps finden und das Ganze manuell einbinden. Das heißt, es ist mit eigener Arbeit verbunden. Dennoch, wenn ihr die Zeit nicht habt und auch nicht die Lust, euch damit auseinanderzusetzen, Streamlabs Prime und ihr habt die Apps direkt hier zur Installationsauswahl. Ein weiteres Feature, was ihr durch Streamlabs Prime bekommt, ist die eigene Website. Das heißt, wenn ihr nicht nur euren Twitch oder YouTube oder Mixer-Kanal haben wollt, sondern eine eigene Website mit einer eigenen Domain, dann könnt ihr das direkt über Streamlabs machen und Streamlabs bietet euch da die Möglichkeit, das Ganze über einen Website-Editor direkt zu bauen. Das heißt, ihr müsst keine Ahnung vom Programmieren haben oder sonstigen Dingen, die mit dem Hosten und Bereitstellen einer eigenen Website Einzug halten. Ihr nutzt einfach den Editor, den euch Streamlabs an die Seite gibt und könnt eure Homepage bauen. Das heißt, ihr könnt auch einen Stream einbinden, ihr könnt eure Donation-Seite einbinden. Ihr habt jede Menge Widgets für zum Beispiel vergangene Streams, für eure Social-Media-Handles, für euren Merch-Store und, und, und. Ihr seid hier wirklich frei am Drehen und könnt eure Website halt mit diesem fertigen Baukastensystem so aufbauen, dass ihr euch im World Wide Web präsentieren könnt. Und was ihr durch Streamlabs Prime halt dazu bekommt, ist, dass ihr nicht eine Domain habt, die irgendwie streamlabs.com slash peterpahn slash, geh mal auf meine Website, sondern ihr bekommt eure eigene Domain und mit dieser eigenen Domain können die Leute euch direkt finden. Was ihr auch dazu bekommt, ist eine eigene E-Mail. Das heißt, ihr habt dann nicht mehr irgendwie sowas wie peterpahn at gmail.com, sondern ihr habt dann eine eigene E-Mail-Adresse, wie ich zum Beispiel mit info at nilsson1489.de. Oh Mist, ich hoffe, jetzt kommen nicht so viele E-Mails. Naja, wenn ihr euch den Editor hier mal anschauen wollt, den Link dazu habe ich natürlich auch einmal in die Videobeschreibung gepackt. Und kommen wir dann auch direkt zum nächsten Feature. Wenn ihr eigenen Merch verkaufen wollt mit eurem Stream, das heißt T-Shirts, Hoodies, Tassen und so weiter, dann könnt ihr das generell über Streamlabs direkt machen. Dort gibt es die Möglichkeit, einen eigenen Merch-Store zu erstellen und über diesen dann zu verkaufen. Das heißt, ihr müsst nur noch euer Logo hochladen, müsst das auf die einzelnen Produkte packen und habt dann einen Link. Dort drüber können dann eure Zuschauer kaufen und dieses ganze Verkaufen beziehungsweise Versenden der Produkte beziehungsweise auch Bedrucken der Produkte übernimmt Streamlabs. Das heißt, ihr bekommt einfach nur noch einen Anteil von dem verkauften Merch fertig. Coole Sache, aber ihr seid bei diesem Merch-Store ein wenig eingegrenzt. Das heißt, ihr habt nur eine gewisse Anzahl an Produkten beziehungsweise auch einen eingeschränkten Produktkatalog aus, den ihr aussuchen könnt. Wenn ihr Streamlabs Prime habt, dann könnt ihr mehrere Produkte auswählen. Das heißt, ihr habt eine größere Auswahl an unterschiedlichen Produkten. Das kommt durch Streamlabs Prime auch dazu und wer das ernsthaft auch machen möchte und die Leute das auch mögen und das kaufen wollen, für die ist das natürlich sehr interessant, Streamlabs Prime zu nutzen, um halt diese Auswahl noch zu erhöhen. Und bleiben wir gleich mal im Dashboard hier von Streamlabs. Dann gibt es dort nämlich auch noch eine interessante Sache und zwar hat Streamlabs einen All-Star-Status. Das heißt, ihr klickt hier oben rechts auf All-Stars und kommt dann auf so eine Übersichtsseite. Im Endeffekt hat Streamlabs die Möglichkeit, dass ihr für mehr Zuschauer in euren Streams einen höheren Rang erhaltet. Das heißt, ihr könnt hier einen Rang ergrinden und durch das Ergrinden bekommt ihr immer mehr Benefits, die ihr einlösen könnt. Unter anderem könnt ihr an Giveaways teilnehmen oder aber, wenn ihr wirklich hoch seid im Rang, bekommt ihr einen eigenen Designer an die Seite gestellt, der euch dann eure Designs erstellt. Bis hin zu Tickets, zu großen Messen oder Hardware. Also, wenn man wirklich groß ist, bekommt man hier auch einiges von Streamlabs gestellt. An diesem All-Stars-Programm kann an sich jeder teilnehmen. Ihr müsst einfach nur euren Tipping-Link, das heißt, eure Donations auf eurem Kanal verlinken und schon fangt ihr an zu grinden. Und ihr könnt hier mal reinschauen und sehen, welchen Status ihr habt, ob ihr schon einen nächsten Rang bekommen habt oder nicht. Wer jetzt Streamlabs Prime hat, der fängt direkt beim Gold-Status an. Das heißt, ihr habt schon einiges freigeschaltet und bekommt somit auch schon einige Dinge von Streamlabs, ohne dass ihr da was für tun müsst. Und dann gehen wir mal zum nächsten Punkt. Das wäre der Cloud-Bot. Dafür wechsle ich hier einfach mal links auf die Seite Cloud-Bot und dort gibt es nun eine neue Funktion und zwar Name. Das Ganze wird auch schon wieder mit dem Prime-Bubble hier versehen. Das heißt, normalerweise ist es ja so, wenn ihr den Streamlabs Cloud-Bot benutzt, dass der Name Streamlabs im Chat auftaucht, wenn ein Command ausgeführt wird oder wenn irgendwas vom Bot im Chat geschrieben werden soll. Das heißt, der aktive Bot-Name ist Streamlabs. Wenn ihr aber auch einen eigenen Bot-Namen haben wollt, das heißt einen eigenen Bot-Account, dann war das bisher nicht möglich. Jetzt geht es aber auch nur, wenn ihr Streamlabs Prime habt. Das heißt, wenn ihr Streamlabs Prime habt, dann könnt ihr euch einen zweiten Twitch-Account erstellen. Das heißt, euer Hauptkanal heißt zum Beispiel Peter Pan. Dann macht ihr einen Zweitkanal oder zweiten Twitch-Account. Den nennt ihr Peter Pan Bot. Und mit diesem Bot könnt ihr dann das Ganze hier verknüpfen und schon würde sich Streamlabs mit eurem Bot-Account verknüpfen und im Namen eures Bot-Accounts schreiben und nicht mehr im Namen von Streamlabs. Das ist dann doch etwas individueller und ganz nice. Ich benutze auch meinen eigenen Bot-Namen, mache das aber über einen anderen Bot. Und dazu kommen wir dann auch später, denn da will ich ja nochmal meine Meinung zu dem Ganzen sagen. Und damit kommen wir dann auch zum letzten Feature von Streamlabs Prime. Das wäre Stream on Mobile Disconnect Protection bei IRL Streams. Und dieses Feature, das ist noch nicht mal verfügbar. Das heißt, das Ganze wird schon angeteasert, aber es steht immer noch Coming Soon. Das heißt, wenn es dann kommt, dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr mit eurem Handy unterwegs seid und streamt, dass wenn ihr halt Probleme mit der Connection habt, ihr seid in einer Halle oder geht in irgendeinen Raum, wo gerade mal die Funkverbindung wegbricht und euer Internet weg ist, dann würde der Stream nicht abbrechen, sondern der würde von Streamlabs gehalten werden. Bis ihr wieder Connection habt, dann verbindet sich eure App wieder mit Streamlabs und ihr könnt ganz normal weiter streamen, bis ihr den Stream beendet. An sich ein super Feature, aber noch nicht verfügbar, wird aber schon angeteasert als Feature, was man mit Streamlabs Prime bekommt. Und das war es dann auch schon. Bevor ich jetzt meine eigene Meinung dazu sage, noch zwei Anmerkungen. Erst einmal, was kostet das Ganze denn überhaupt? Wenn ihr Prime joint, dann könnt ihr zwischen einem jährlichen, also Annual, oder einem monatlichen Plan wählen. Der monatliche kostet euch 19 Dollar im Monat und der jährliche Plan kostet euch 12,42 Dollar im Monat. Aber das Ganze wird natürlich jährlich abgerechnet. Das heißt, ihr habt auf einmal 149 Dollar als Rechnung auf eurem Paypal stehen. Oder aber ihr bezahlt mit Kreditkarte. Ist egal, mit was ihr dann bezahlt, es wird euch ordentlich was abgezogen. Ihr könnt bei Streamlabs Prime aber auch ein wenig sparen. Unten in der Videobeschreibung habe ich euch einen Link reingepackt. Und dort bekommt ihr auf den monatlichen beziehungsweise den jährlichen Plan einen kleinen Rabatt. Das sind jährlich 10 Dollar auf den jährlichen Plan oder aber einmalig für die erste Rechnung 9 Dollar Rabatt, wenn ihr den monatlichen Plan nehmt. Ist nicht viel. Wer das System aber gerne mag und nutzen möchte, der nimmt natürlich alles, was man mitnehmen kann. So, und jetzt habe ich euch ja eigentlich alles gesagt, was ihr bekommt. Ich habe euch gesagt, was es kostet. Und jetzt möchte ich euch gerne meine eigene Meinung dazu sagen. Eins sei gleich vorweg gesagt. Alles, was ihr mit Streamlabs Prime bekommt, könnt ihr an sich auch kostenlos haben. Fangen wir zum Beispiel mit den Overlays an. Es gibt jede Menge kostenlose Overlays im Internet. Die kann man zum Testen sich erstmal nehmen und einbauen und das Ganze ausprobieren. Eins muss einem auch klar sein, diese kostenlosen Overlays sind meistens gar nicht so cool beziehungsweise so detailliert wie welche, die man bezahlt. Aber da kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn ich Overlays haben möchte, muss ich unbedingt wöchentlich meine Overlays wechseln? Ich denke eher nicht, denn ich suche mir ein Overlay aus und das benutze ich erstmal für eine ganze Zeit. Und da macht es doch meines Erachtens nach mehr Sinn, sich einmal ein Overlay-Paket zu kaufen, wie bei OwnTV, was ich ja immer wieder als Werbung in meinen Videos drin habe, denn von denen halte ich auch sehr viel und die machen supergute Overlays. Oder aber man sucht sich einen Custom-Designer bei Fiverr oder anderen Seiten und lässt sich sein komplett eigenes Overlay bauen. Das bezahlt man dann einmal und kann es so lange nutzen, wie man möchte und muss dafür nicht monatlich oder jährlich zahlen. Andere Dinge wie zum Beispiel der Chatbot mit eigenem Chatbot-Namen, ja, das finde ich auch so eine Sache. Man kann auch einfach den externen Streamlabs-Chatbot nutzen und bekommt dort auch die Möglichkeit, einen eigenen Bot-Account zu verknüpfen. Und das ist kostenlos. Und gehen wir dann zu weiteren Dingen über, wie zum Beispiel der Merch-Store. Ja, ich habe auch schon sehr lange einen Merch-Store. Ich mache das Ganze über Spreadshirt. Das kostet mich gar nichts. Und dort kann ich auch meine ganzen Sachen einfügen und verkaufen. Also da muss ich nicht unbedingt Geld bezahlen, um einen Merch-Store zu nutzen mit mehr Produkten. Und dann gibt es ja auch noch den App-Store. Das heißt, ich kann Apps direkt in Streamlabs OBS installieren und kann damit meinen Stream aufwerten. All diese Apps, das habe ich ja schon gesagt im Video, die kann man sich eigentlich auch selbst zusammenbauen. Das heißt, man kann einzelne Dienste suchen beziehungsweise Webseiten, die Widgets anbieten und kann das nach und nach einbauen. Das ist halt nur mit sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand verbunden. Man bekommt es aber kostenlos. Und die eigene Website, die man bauen kann mit Streamlabs Prime, kann man auch selber bauen über zum Beispiel WordPress, was man bei gängigen Host dann direkt installieren lassen kann und dann einfach nur noch einrichten muss. Aber auch das ist natürlich wieder mit mehr Zeit und mehr Aufwand verbunden. Und dort zahlt man einen wesentlich geringeren Beitrag im Monat und hat auch eine eigene Website. Ist halt die Frage, was möchte man machen? Und das ist eigentlich auch der Kernpunkt dieses Videos. Streamlabs Prime ist an sich nicht schlecht. Ihr bekommt sehr, sehr viel und habt das alles zentral an einer Stelle und könnt es einbinden und nutzen und baut so sehr schnell einen sehr großen Stream auf mit vielen verschiedenen Dingen, Features und, und, und. Also wer keine Lust hat und auch keine Zeit hat, sich ewig lange mit anderen Dingen zu beschäftigen, um das dann in den Start zu bekommen, den Stream einzubinden, der ist mit Streamlabs Prime sicherlich ganz gut beraten. Aber, und da kommt das Gegenargument, man muss es nicht. Das heißt, das Geld, diese 149 US-Dollar im Jahr oder 19 Dollar im Monat, die kann man sich auch sparen. Und wenn man gerade auch ein wenig aufs Geld achten muss, dann macht es vielleicht Sinn, einfach dann Zeit zu investieren und das alles selber einzubauen. Meine persönliche Meinung dazu ist, es ist nicht schlecht, es ist okay und auch der Preis ist okay. Wenn man mal die Preise für verschiedene Dinge dann summiert, die man ausgibt, wenn man das alles selber macht, dann kommt man auch ungefähr auf diesen Preis beziehungsweise wahrscheinlich sogar mehr, als Streamlabs Prime kostet. Aber 149 Dollar im Jahr sind nun mal 149 Dollar im Jahr. Die Frage ist nun, wem kann ich Streamlabs Prime empfehlen? Streamlabs Prime ist wirklich nur was für Leute, die a. nicht auf jeden Cent achten müssen und b. einfach keine Zeit haben, sich mit allen Systemen zu beschäftigen, sondern einfach schnell ans Start gehen wollen und diese ganzen Dinge nutzen wollen. Die, die Zeit haben, beziehungsweise die auch ein wenig auf das Geld achten müssen, die sollten einfach die Finger von Streamlabs Prime lassen und sich ein wenig mehr mit der Materie beschäftigen, denn mit Zeit und Aufwand kann man das alles auch so einbauen. Ja, und damit sind wir an sich auch am Ende des Videos angekommen. Mir war es einfach mal wichtig, euch zu zeigen, was ist Streamlabs Prime überhaupt? Was kostet mich das ganze System? Und vor allem, ist das zu teuer oder ist das okay? Und bringt das was für mich? Beziehungsweise bringt es nichts für mich? Wann sollte ich es nehmen? Wann nicht? Ich hoffe, ich konnte euch das alles mal ein wenig aufschlüsseln und richtig erklären. So, und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao, ciao!